Hallo wertes Volk und zum Beispiel Herr Becker, ein deutscher Psychologe hier im Haus St. Ursula, was noch St. Ursula genannt wird, aber nicht mehr lange. Aber, ähm, Bam ist todfaktig oder Darm ist todfaktig? Hörte ich mich sagen. Dumm Bam Dumm. Ja, der, der mich jetzt das Dumm Bam Dumm sagen lassen, war ein anderer. Oder ist ein anderer. Aber ja, Herr Becker weiß, damit es eine Vergewaltigesegte gibt, habe ich ihm öfters gesagt oder war nicht. Oder wieso sollte er es vergessen? Haha, wenn ich es ihm doch einmal, mindestens einmal gesagt habe. Mindestens heißt, ja, wieder, ich habe es ihm öfters gesagt. Aber wenn der das nicht hören sollte, also Sie, Herr Becker zum Beispiel, der Psychologe ist dann behandelt, ja, dann haben Sie das nicht gehört, weil diese Dumm Bam Dumm Deppen ihre Existenz kurz geklaut haben, oder währenddessen ich das sagte, damit es eine Vergewaltigesegte gibt, die die Bühne zum Beispiel, Dauervergewaltig und wie wenn auch Ihre Mutter, da werden wir dumm von der Sauer, ja, da haben wir noch die Ockenfeld, wollen wir es sagen, wenn Eskadeff zum Beispiel wohin Führungen hindeuteten, aber ja, äh, wo waren wir jetzt, da waren wir jetzt dort. Also ja, währenddessen ich rede, ich meine, das ist ja auch beim Herrn Becker, haben Sie das schon mal mitbekommen, Tom Bam Dumm, ja, das ist dumm Bam Dumm. Aber achten Sie mal auf die Lippen, ob Sie das vielleicht gar nicht hören. Tom Bam Dumm, ich meine, Tom Bam Dumm, auf dem Video so fühlt, wo wir zusammen gesehen haben, was sagen Sie dazu? Tom Bam ist tot. Oder waren Sie da kurzzeitig tot und Sie waren das gar nicht? Tom Bam Dumm. Sie werden das ja auf meinem Handy gesehen haben, oder? Bei 1,42 Sekunden. Tom Bam Dumm, aber ja. Und ja, wer das wohl können, auch mal in die Kommentarleiste schauen. Tom Bam Dumm. Ich meine, der Becker kann nicht kommentieren, weil er nicht registriert, ist, oder? Noch nicht. Aber fällt dem Becker nicht auf, damit das doch kommentiert werden würde. Oder ja. Oder ja. 202 oder ja. Oder 203. Tom Bam Dumm. Auf jeden Fall wäre das Volk, ich höre seit 2017 stimmen. Seit Mitte 2017 oder Mitte 2018 ist das Turett dabei. Tom Bam Dumm dieses Jahr. Aber da ist noch Fuck und Tod gesagt worden, auch die ganze Zeit. Tom Bam Dumm. Und Bam natürlich auch. Da gibt es zum Beispiel Schattenfreiheit. Wie war das? Das ist das einzigste Video, was noch auf YouTube ist. Wobei ich das dann nachträglich nochmal hochgeladen habe. Tom Bam ist tot. Steht da drauf. Vor drei Jahren. Das ist in Sachsen, wo ich vor über drei Jahren war. Aber jetzt bei 0242. Wieder ein Backup-Video, oder? Backup-Volk. Oder ja. Aha. Backup-Volk. Hey, hey. So dann, so dann. Danke fürs Kommentieren und so weiter. Danke, danke, danke. Danke.